Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich versuche jetzt, dass ich mit Sherry wieder mehr Biele, nicht einfach drauf losballere, wie ich es noch mit Chris gemacht habe. So, dann schauen wir uns da noch um. Aber ich glaube, da gibt es eh nichts mehr. Schaut nicht so aus. Haben wir da die Medaille schon gefunden? Wahrscheinlich. Was liegt da unten? Vielleicht auch nicht. Aber wie komme ich denn? Ich sehe die Medaille, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Vielleicht müssen wir da später noch hin. Vielleicht muss man irgendwas triggern. So. Dann schauen wir mal da runter. Da können wir mal nachladen. Okay. Hm. Okay. Ich glaube, wir müssen da runter. Aber wir könnten ja die Schraube auch wieder. Alles klar. Ich möchte ja dann so probieren. Wir lassen das mit der Medaille, die da am Tisch liegen, noch keine Ruhe. Komm gleich, Jack. Ich schaue mir das jetzt noch mal kurz an. Machen wir den Hüttenlauf. Hopp. Warum war der Farmer einer? Und war das der Einzige? Ja. So. Kann man das vielleicht abschießen? Auch nicht. Da ist schon wieder einer. Ah, Track ist auch wieder da. Okay. Ah, da liegt wir da, ne? Ich bin ja, B. Ich bin ja, B. So. Okay, gehen wir darauf aus, dass man die da unten nicht bekommt. Boah. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder runter. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man da zu dieser Medaille hinkommt, da unter den Tisch. Ich weiß, ob wir es überhaupt brauchen. Das ist bitter. Und das ist nur bitterer. Wir haben immer noch keine Heilung, glaube ich. Magst du es bitte sterben? So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal schauen, haben wir einen Erste-Hilfe-Spray? Haben wir auch nicht. Okay, dann hätte ich gesagt, wenn wir das mal kombinieren und das mal mit dem kombinieren, das sind die Pillendose. Dann nehmen wir mal zwei. Dann schauen wir weiter. Okay, das ist einfach nur die andere Seite. Sonst gibt es aber eh nichts, nee. Ah, ich wollte keinen Zung. Ich hoffe, du bist tot. Komm, zeig den Kopf. Ich treffe ihn nicht, aber egal. Wo ist er denn? Da ist er. So, da haben wir nur noch die Medaille. Nur in groß. Und da haben wir die Sol-Munition. Auch sehr cool. So, dann schauen wir mal. Aber. Okay. Ah. Ja, dann komm. Ah, okay. Aber. Ah, okay. Jetzt müssen wir nur noch den Rest finden. Gehen wir mal da rauf. Hier fahren wir die anderen einwerfen. Und was musstest du die letzten sechs Monate ertragen? Einfach alle. Sie versuchten, den in mir zu erforschen. Die gleiche habe ich nach Raccoon City gefordert. Und das zweite Mal war es genau gescheit. Tut mir leid. Hm. So, naja, gut. Dann lassen wir den noch mal mutieren. Bobby eigentlich. Okay, jetzt ist keine Zeit mehr. Und weg ist er. Warum bist du nicht tot? Ja, Gott. Ja, jetzt bist du aber tot. Und droppt er denn einmal was? Ja, dann schauen wir mal da rein. Oha. Nehmen wir gleich mit. Könnten wir uns wieder verstecken? Kann man das? Tatsächlich? Okay. Ich mache es jetzt wieder einmal so. Das hat damals schon einmal super funktioniert. So, der mutiert wieder. Puh. Drops, du warst bitte. Ne. Außer Fertigkeitspunkte, die was keiner braucht. Gut, dann schauen wir da mal rein. Ähm. Ähm. What the hell? He. Da kann man nicht irgendwie schauen, dass man reagiert. Und wir aber gleich sofort umballert. ictions. Geh so. Geh so. Was ist das? Okay, check. Ah, da liegt munition, das ist wohl munition sehr nice. Wie kommt man da rauf eigentlich? Was passiert da? Ok, da liegt wieder eine Medaille. So, was ist mit dem Klavier eigentlich? Können wir da die Mondscheinsonate spielen? Das ist nicht die Mondscheinsonate. Aber immerhin. So. Höpfützengewehr munition nehme ich auch immer gerne. Ok, sonst aber glaube ich sind wir es hier. Können wir das weiter schauen. Können wir da noch lang gehen und schauen was es da noch gibt. Zum Beispiel nur eine Medaille. Oh oh. Oh oh. Da könnten wir einen Rosenbad nehmen, hat auch was. Komm mit Jack. Aber sonst scheint es hier nichts zu geben außer sowas noch und sowas noch. Ah. Ah. Das finde ich sehr gut. Das kombinieren wir gleich. Äh, V. Nehmen wir gleich mal zwei Stück davon. Ok. Und da geht es eh nicht weiter. Doch. Ah, da ist noch eine Medaille. Ah, da sind wir hier jetzt wieder, wo die eine. Ok. Cool. Ok. Aber sonst gibt es da eh nichts. Ich glaube wir hätten eh sogar schon genug Medaillen. So wie sind unsere Pistole da? Uh. Jake? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Ach. Ah. Ach. 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 Diepst du es. Alter, wo kommt die auf einmal her? Ähm, wo geht's da noch weiter? Oder geht's hier wieder noch da lang? Ja, da geht's hin wieder. Okay, passt. So, dann da runter. Dann haben wir wieder ein paar Münzen innen. Ich glaub 10 brauchen wir insgesamt. So, und die letzte. Oh, und jetzt geht die Tür auf, okay. Finden Sie das Kommunikationssystem? Alles klar. Ich weiß, was ich tue. Hoffentlich. Was ist das? Daten Ihrer Experimente. Also gut. Hallo. Alles ist da. Ruf doch deinen Boss an. Ich bin's. Sherry Birkin. Ja. Ihm geht's gut. Wir wurden inhaftiert. In einer Anlage. In China. Wirklich? Okay. Ich schicke die genauen Koordinaten. Sie sind bereits in China. Es ist vorbei. Wir sind gerettet. Juhu. Bist du fertig? Fertig. Verschwinden wir endlich von hier.